In dieser Präsentation verrate ich dir, wie ich es mit nur 23 Jahren vom Fließbandarbeiter zum Internetunternehmer mit Millionen Business geschafft habe. Ich zeige dir ganz genau, wie ich mit Infoprodukten über 3874 Euro am Tag im Internet verdiene. Und zwar immer, egal ob ich spazieren gehe, mit Freunden essen gehe oder gerade in der Karibik Urlaub mache. Und ich verrate dir das exakte System, mit welchem ich zu einem der bekanntesten Coaches für Internetmarketing geworden bin und einige der bekanntesten Persönlichkeiten dieser Welt wie Nummer 1 Erfolgscoach Tony Robbins, The Secret Star Jack Canfield und Milliardär- und Unternehmerlegende Richard Branson getroffen habe. Hier ist eine unserer Webseiten im Dating-Bereich, die ich mit einem Geschäftspartner zusammenführe. Die meisten Dating-Coaches verdienen nicht mal genug zum Leben. Mein Geschäftspartner und ich machen jeden Monat fünfstellig mit einem Business, welches wir nur drei Monate aufgebaut haben. Und all das zeige ich dir nicht, um damit anzugeben. Ich will einfach nur ehrlich zu dir sein. Ich will, dass auch du ein vollautomatisiertes Internet-Business aufbauen kannst und monatlich über 10.000 Euro verdienst, egal ob du gerade arbeitest oder nicht. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen im Coaching-Bereich gemacht hast. Aber wenn du Coach bist, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du entweder fast gar nichts verdienst oder den ganzen Tag von Vortrag zu Vortrag rennst und keine Zeit mehr zum Leben hast. Oder du wählst den neuen, einfacheren Weg und baust dir ein automatisiertes Geschäft im Internet mit Infoprodukten auf. In dieser Präsentation verrate ich dir, wie du nur 24 Stunden dein eigenes Infoprodukt auf die Beine stellst und online hochlädst, um dann mit deinem Wissen in Kombination mit dem Internet dauerhaft finanzielle und geografische Freiheit zu erreichen. Du kannst tun und lassen, was du willst, weil du weißt, dass dein Business 24 Stunden am Tag für dich neue Kunden generiert und die Produkte auch automatisch ausliefert. Ich habe all das ohne Universitätsabschluss oder sonstige Zertifikate geschafft und musste auch nicht 12 Stunden am Tag dafür arbeiten, so wie ein Tier. Und nein, ich war weder ein Technikfreak, noch hatte ich irgendeine Ahnung von Marketing. Ich habe einfach nur die Macht des Internets mit meinem Wissen kombiniert. Inzwischen arbeiten wir mit vielen verschiedenen Leuten in der gesamten Branche zusammen. Wir haben dieses Wissen auf unzählige Bereiche ausgeweitet und besitzen nun einen großen Erfahrungsschatz, weil wir wissen, wie es wirklich funktioniert. Hier siehst du eine unserer Webseiten. Sie sieht nicht besonders aus, oder? Alleine diese Webseite generiert Millionen von Euros. Und eins kannst du mir glauben, diese Ergebnisse sind nicht normal. Die meisten Coaches verdienen mit ihrem Wissen nicht mal genug, um davon anständig zu leben. Sie sitzen den ganzen Tag lang rum oder rennen von Seminar zu Seminar und hoffen, dass die Kunden zu ihnen kommen. Wenn sie dann mal einen Kunden haben, müssen sie sich 24 Stunden am Tag um ihn kümmern, da sie nicht wissen, wie sie sich hochpreisig positionieren. Manche haben eine Webseite, aber so gut wie keiner weiß, wie ihr damit wirklich Geld verdient. Ich meine wirklich viel Geld. So viel, dass man sich davon alle finanziellen Träume erfüllen kann. Sowas gibt es in der deutschen Coachingszene fast gar nicht. Und wenn du jetzt daran denkst, vergiss es gleich wieder. Du kannst das, was wir machen, nicht einfach kopieren. Wir wenden spezielle psychologische Muster an, die durch effektive Direktmarketingstrategien perfekt auf unsere Zielgruppen abgestimmt sind. Eins kannst du mir glauben. Ich will dir nicht bloß sagen, dass du dich zunächst selbst als Coach bezeichnen sollst und dann warten und hoffen sollst, dass du damit Geld verdienst. Ich werde dir in dieser Präsentation verraten, wie du dich selbst zum Top-Experten mit einem hohen 5-stelligen Einkommen durch automatisch verkaufende Infoprodukte im Internet positionierst. Also, was unterscheidet mich von den vielen erfolglosen Coaches da draußen? Nach vielen Jahren und viel Nachforschung habe ich 6 große Unterschiede analysiert. Ich werde die 3 größten hier für dich enthüllen. Unterschied Nummer 1. Ich spreche genau die 20% der Kunden an, die für 80% des Umsatzes sorgen. Jeder kennt das sogenannte Pareto-Prinzip. Es besagt, dass du eben mit 20% der Arbeit 80% des Ergebnisses erreichst. Aber wie viele Leute, die du kennst, wenden es wirklich an? Ich zeige dir, wie du wirklich die 20% der Kunden erreichst, mit denen du 80% des Geldes verdienst und nicht umgedreht, so wie es die meisten Coaches machen. Unterschied Nummer 2. Ich verkaufe meine Produkte automatisiert über das Internet in digitaler Form. Die meisten Coaches haben gar keine Produkte. Sie haben nicht einmal physische Produkte. Ihr ganzes Produkt ist entweder nur ein Seminarvortrag oder sie versuchen Kunden zu einem Privatcoaching zu überreden. Meine Produkte verkaufen sich in digitaler Form tausendfach über das Internet. Unterschied Nummer 3. Ich versuche nicht neue Partner zu gewinnen, sondern lasse sie auf mich zukommen. Wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, musst du dich auch nicht mehr um weitere Partner kümmern. Stell es dir nur einmal vor. Jeder möchte mit dir zusammenarbeiten, weil du durch das Internet so bekannt geworden bist. Und das Beste ist, dass du weniger arbeitest und mehr Geld verdienst als jemals zuvor. Du benötigst nicht einmal ein Büro. Alles, was du benötigst, ist ein Laptop und ein Internetanschluss. Wenn du ein automatisiertes Infoprodukt im Internet hast, musst du nichts mehr machen. Du kannst dich zurücklehnen und zusehen, wie jeden Tag neue Verkäufe generiert werden und das Geld auf deinem Konto landet. Einige unserer Internetgeschäfte erwirtschaften über 100.000 Euro Umsatz im Monat. 100.000 Euro. Kannst du dir vorstellen, wie lange ein normaler Coach für 100.000 Euro arbeiten muss? Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Coaches so viel Geld nicht einmal in drei Jahren verdienen. Ist diese Zahl ein wenig zu hoch für dich? Kein Problem. Du musst keine 100.000 Euro verdienen, wenn du es nicht willst. Mit dem Wissen, was ich dir gleich an die Hand gebe, wird es dir leicht fallen, ein Einkommen von ca. 10.000 Euro im Monat aufzubauen. Du selbst entscheidest, wie viel du verdienst. Das ist für mich einer der schönsten Vorteile eines automatisierten Internetgeschäfts mit Infoprodukten. Jetzt weißt du, warum die meisten Coaches scheitern. Sie sprechen nicht die richtige Zielgruppe an, sie haben keine automatisierten Infoprodukte, sie haben keine starken Partner, weil sie nicht bekannt genug sind. Und das ist auch der Grund, warum du noch nicht da bist, wo du eigentlich hin willst. Es ist nicht dein Fehler. Du hast bisher einfach nur auf die falschen Leute gehört. Die meisten Marketing Coaches da draußen lügen und sagen dir nur, dass du dich als guten Coach positionieren musst. Aber was bringt dir eine gute Positionierung, wenn du nichts hast, was du automatisiert verkaufen kannst? Und was bringt dir deine Rednerausbildung, wenn du keine großen Bühnen hast, auf denen du sprechen kannst? Was glaubst du, warum die meisten Marketing Coaches dir genau solche Dinge empfehlen? Weil sie es selbst nicht besser wissen. Deshalb haben wir unseren gesamten Prozess dokumentiert und ein eigenes System geschaffen, welches dir hilft, ein automatisiertes Coaching-Geschäft aufzubauen. Wir haben daraus einen einzigartigen Kurs entwickelt, auf den du in wenigen Sekunden sofortigen Zugriff haben kannst. Er nennt sich Sofortproduktsystem 2.0. Es ist der einzige deutsche Kurs, der dir wirklich von A bis Z zeigt, wie du ein digitales Coaching-Produkt in den nächsten 24 Stunden entwickelst. Es ist das einzige System, in dem du wirklich finanzielle Freiheit erreichen und mit deinem Wissen ein Vermögen verdienen wirst. Du lernst in aller Tiefe, wie du ein Infoprodukt von der Idee zum Aufbau, zur Strukturierung, zur Gliederung, zur Produktion in unter 24 Stunden herstellst. Und ja, keine Angst, du erlernst auch die ganzen Grundlagen. Wie du zum Beispiel eine Idee für ein Infoprodukt entwickelst, auch wenn du jetzt noch absolut keine Ahnung hast, welche Art von Infoprodukt oder welches Thema du erstellen sollst. In anderen Worten, mit dem Sofortproduktsystem 2.0 wirst du wirklich echtes Geld verdienen und zwar automatisiert über das Internet. Und wenn du dich gleich entscheidest, dabei zu sein, wirst du folgende Dinge erlernen. Wir erstellen gemeinsam ein auf dich zugeschnittenes Infoprodukt, welches du tausendfach automatisiert im Internet verkaufen kannst. Das Sofortproduktsystem 2.0 ist in vier umfangreiche Module gegliedert. Modul Nummer 1, finde einen profitablen Infoproduktmarkt. Erfahre den Unterschied zwischen einer langweiligen Coaching-Zielgruppe und einem profitablen Infoproduktmarkt und warum du unbedingt deinen Infoproduktmarkt auswählen musst. Die ultimative I plus P gleich M-Formel, um deine Nische von Null an auf ein 1-Million-Euro-Business zu katapultieren. Diese Formel erhältst du nur bei uns. Wie du dir ein Infoprodukt-Business im Internet aufbaust, auch wenn du kein Coach bist, keine Webseite oder noch nicht mal eine Produktidee hast. Wie du dich mit einem von drei Möglichkeiten zum Nummer 1 Experten deines Marktes positionierst, auch wenn du bisher noch ein Grünschnabel in deinem Coaching-Bereich bist. Wie du die 20% der Kunden ansprichst, die für 80% des Umsatzes sorgen und so einen unfairen Vorteil gegenüber all deinen Konkurrenten hast. Modul Nummer 2, kreiere ein perfektes Infoprodukt. Wie du dein Produkt in wertvollen Content verwandelst und so Hochpreisprodukte für über 500 Euro verkaufen kannst. Wie du die Struktur und Gliederung eines Produktes in simplen 5 Minuten erstellst und wieso viele Coaches Wochen für diesen Prozess benötigen. Den Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi-Infoprodukt und wie du gleich in der Oberklasse mitspielen kannst. Wir haben Jahre gebraucht, um diesen simplen Trick herauszufinden. Das Lerntyp-Geheimnis und wieso Anfänger nur maximal 25% ihrer Kunden erreichen und so jeden Tag tonnenweise Geld verbrennen. Plus die Kunden fühlen sich nicht verstanden. Modul Nummer 3, produziere dein Infoprodukt für das Internet. Wie du mit Leichtigkeit ein E-Book, Audio oder Videokurs erstellst, welchen du kostenlos ins Internet hochladen und Millionen Mal automatisiert verkaufen kannst. Wie du dein eigenes Infoprodukt und die gesamte Technik in wenigen Schritten umgehst, auch wenn du ein absoluter Technikanfänger bist. Hier scheitern die meisten. Sieh mir im Kurs live zu, wie ich den Inhalt eines echten Infoproduktes erstelle und erhalte so Praxiserfahrung. So eine Lektion erhältst du nur bei uns. Die ultimative Formel für Verkaufspräsentationen, die deine neuen Kunden magnetisch anziehen werden und wie du diese für jedes beliebige Infobusiness und jedes Medium anpasst. Du kannst damit also auch deine Verkaufs-E-Mails, Verkaufstexte und Verkaufsgespräche gestalten. Modul Nummer 4, verdiene über 10.000 Euro im Monat mit Infoprodukten. Wie du die größten Partner deiner Branche für dich gewinnst, auch wenn du noch ein blutiger Anfänger bist und noch keine eigene E-Mail-Liste hast. So bin ich damals voll durchgestartet. Erschaffe dir deine eigene Affiliate-Armee und bringe andere mit diesem simplen Trick dazu, dein Infoprodukt kostenlos für dich zu bewerben. Du hast dabei keinerlei Risiken, PPC-Geheimnisse und wie du für nur wenige Cents tonnenweise kaufhungrige Besucher über Werbenetzwerke geliefert bekommst. Dieser Trick alleine ist schon tausende von Euros wert. Wie du einen Joint-Venture mit anderen hochbezahlten Experten vereinbarst und so ohne eigenem Produkt tausende von Euros verdienst. Lass andere die Arbeit für dich machen und erfahre im Kurs genau wie es geht. Erhalte Praxisbeispiele aus echten Nischen und erspare dir so tausende von Stunden harter Arbeit. Profitiere von meiner jahrelangen Erfahrung und noch vieles, vieles mehr. Kurz gesagt, du hältst das originale System, was mein Team und ich dafür nutzen, um Infoprodukte zu erstellen, welche sich tausendfach automatisiert im Internet verkaufen. Und der Preis? Ein Consulting bei uns kostet dich 10.000 Euro im Monat. Ein Done-for-You-Service, in dem wir das Produkt für dich erstellen, würde dich 50.000 Euro und Anteile am Gewinn kosten. Ein Seminar in diesem Bereich kostet dich locker 2.000 bis 3.000 Euro und viele Coaches haben absolut keine Ahnung, wovon sie da reden. Heute bezahlst du keine 3.000 Euro. Du bezahlst auch keine 2.000 Euro und auch keine 1.000 Euro. Und nein, nicht einmal 500 Euro. Dies ist ein einmaliger Sonderpreis. Du kannst heute dabei sein für 4 einfache Zahlungen von nur 99 Euro und erhältst trotzdem sofortigen Zugang zum Sofortproduktsystem 2.0. Oder du sparst 50 Euro, indem du dir das System für eine einmalige Zahlung von nur 347 Euro sicherst. Für weniger als 100 Euro erhältst du in wenigen Sekunden deinen Zugang zu einem Lifestyle, für den du nur einen Laptop benötigst. Das sind deine nächsten Schritte. Scrolle nach unten und klicke auf den In-den-Einkaufswagen-Button. Wähle deine Bezahlvariante aus, erhalte deine Login-Informationen, sieh dir sofort das erste Modul an. Die neuen Module werden wöchentlich veröffentlicht, aber du kannst sie schneller erhalten, wenn du willst. In den nächsten 4 Wochen werden wir 1. einen profitablen Infoproduktmarkt für dich finden, 2. ein perfektes Infoprodukt für dich kreieren, 3. dein Infoprodukt für das Internet produzieren, 4. das Ganze automatisieren und tausendfach im Internet verkaufen. Dein Infoprodukt-Business kann bereits nächsten Monat zu dieser Zeit tausende von Euros für dich abwerfen, wenn du schnell bist. Aber es kommt noch besser. Ich gebe dir die beste Garantie aller Zeiten. Du kannst den ganzen Kurs nutzen, das Sofortprodukt-System und dein Internet-Business zum Laufen bringen und dir dann noch 30 Tage extra Zeit nehmen, also insgesamt 60 Tage, um das System erfolgreich umzusetzen. Oder du nimmst dein bereits fertiges Infoprodukt und verkaufst es mit den Techniken des Sofortprodukt-Systems 2.0 tausendfach. Du bekommst dabei Hilfe von uns und siehst mit eigenen Augen, dass es wirklich funktioniert. Und wenn du am Ende sagst, dass es doch nicht das Richtige für dich war, lass es mich wissen und du erhältst dein komplettes Geld zurückerstattet. Keine nervigen Rückfragen, keine komplizierten Forderungen und du kannst trotzdem alle Inhalte behalten. Warum ich das mache? Weil ich dir wirklich helfen möchte. Was du alles erhältst? 4 Module Infoprodukt-Training, alle Checklisten, Tricks, Templates und Inhalte, den Mega-Rabatt, weil du jetzt dabei bist und die beste Garantie aller Zeiten. Du kannst dir alle Inhalte ansehen, die Notizen machen und diese sogar behalten, alles zum Laufen bringen, bekommst ein extra Monat Zeit und erhältst trotzdem dein ganzes Geld zurück, wenn du nicht absolut begeistert sein solltest. Klicke jetzt auf den In den Einkaufswagen-Button unter dieser Präsentation, erstelle dein eigenes Infoprodukt in den nächsten 24 Stunden und verkaufe es tausendfach über das Internet. Bestelle bitte jetzt, da ich den Preis erhöhen werde. Der Kurs wurde schon für mehr Geld verkauft und wird es auch in Zukunft wieder. Du hast dir die gesamte Präsentation angesehen. Du hast ganz klar die Wichtigkeit eines eigenen Infoproduktes verstanden. Und jetzt hast du mit eigenen Augen gesehen, dass es extrem profitabel ist. Also sichere dir das Angebot zum absoluten Sonderpreis, solange es noch verfügbar ist und lass uns noch heute starten. Und vergiss nicht, du erhältst eine Garantie obendrauf. Aber die Zeit für dieses Angebot endet in Kürze. Klicke jetzt auf den In den Einkaufswagen-Button unter dieser Präsentation und erhalte deine Zugangsdaten sofort per E-Mail zugesendet, auch wenn es gerade 3 Uhr nachts ist. Eine letzte Sache. Weißt du, wieso wir von Vertriebsprofit einen Vorteil gegenüber allen anderen Coaches haben? Weil wir die Dinge wirklich anwenden. Wir haben mehrere echte, profitable Businesse und verdienen unser Geld nicht nur damit, indem wir anderen Leuten sagen, wie sie Geld verdienen. Aber verstehe mich nicht falsch. Wir haben auch unsere Fehler gemacht und auf unserem Weg viel Geld verbrannt. Deshalb sind wir so vorsichtig und haben genau aufgeschrieben, was funktioniert und all das in sauber dokumentierten Anleitungen und Checklisten verpackt. So dass jeder aus dem Vertriebsprofit-Team unsere Resultate bei all unseren Kundenprojekten erzielen kann. In der Vergangenheit habe ich diese Pläne nur für mein Team und mich freigegeben. Aber jetzt mache ich sie auch für dich verfügbar und du musst die Arbeit nicht mehr alleine machen. Klicke jetzt auf den In-In-Einkaufswagen-Button und erhalte deinen Zugang sofort. Du erhältst das komplette System wortwörtlich für den Preis eines Geschäftsessens. Du kannst dein erstes Infoprodukt von Anfang an richtig erstellen und im Internet verkaufen. Du kannst die Riesenfehler vermeiden, die fast alle Coaches begehen. Du wirst dich zur Nummer 1 deines Marktes positionieren und dir aussuchen können, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und du erhältst vollständige finanzielle und geografische Freiheit in deinem Leben. Du hast die Wahl. Das Ganze ist ein unschlagbares Angebot. Wenn du bereits ein Coaching-Business hast, wird sich der Kurs von selbst für dich bezahlen. Und wenn du noch kein eigenes Infoprodukt und noch absolut keine Idee hast, weißt du jetzt zumindest, dass du es jetzt von Anfang an richtig machst. Was ist das alles für dich wert? Dies ist wirklich deine letzte Chance. Klicke jetzt auf den In-In-Einkaufswagen-Button unter dieser Präsentation. Erstelle dein eigenes Infoprodukt in den nächsten 24 Stunden und verkaufe es tausendfach über das Internet. Mein Name ist Gunnar Kessler und ich war hier beim Chris Delius auf dem Seminar als Gastsprecher. Ich muss sagen, ich bin absolut weggeblasen. Ich bin seit Jahren selbst erfolgreich, sehr erfolgreich im Internet, habe ein sehr, sehr großes sechsstelliges Business. Und jetzt, was ich hier von Chris gehört habe, das ist der absolute Wahnsinn. Der Junge, der weiß so viel mehr als ich. Ich bin absolut begeistert und kann jedem, aber auch nur jedem empfehlen, dem Chris zuzuhören. Denn er hat eine Message für die Welt. Die ist unglaublich. Ja, hallo, ich bin Heinz Peter Wiegert. Ich komme aus Aachen. Ich habe eine erfolgreiche Fahrschule. Und ich war sehr gespannt auf das Seminar von Chris Delius. Und ich bin angenehm überrascht, wie professionell er das macht. Ja, und ich habe sehr, sehr viele neue Anreize gekriegt, die ich jetzt schon teilweise umgesetzt habe in den Pausen. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich hochmotiviert und gehe gleich ans Werk. Hallo, mein Name ist Ralf Schwarz. Ich bin auf dem Seminar von Chris. Und ich muss wirklich sagen, ich war schon auf viele Seminare. Aber was ich hier erlebe, wie viel Herzblut der reingibt und von früh bis spät in die Nacht voll präsent ist und versucht allen, seine Fragen zu beantworten und sie weiterzubringen, das erlebt man wirklich selten. Und wie gesagt, top, weiter Chris. Mein Name ist Wolfgang Hänflink und ich bin hier bei einem Seminar von Chris Delius, weil ich nach neuen Impulsen gesucht habe. Ich habe den Chris schon im Internet lange beobachtet, habe den Eindruck gewonnen, dass er mir diese Impulse geben kann. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ich gehe mit vielen neuen Ideen nach Hause und versuche, die auch spontan umzusetzen. Und ich kann an sich nur sagen, es hat mir Spaß gemacht und ich komme garantiert wieder.